Wo ist denn nun Harald Schmidt? Da ist er ja wieder. Endlich angekommen. Beim besseren Fernsehen. Die Harald Schmidt Show. Dienstag bis Donnerstag. Auf SkyHits und SkyAtlantic HD. Freien von Bahn. Und das für alle, die WoSky abonniert haben. Freien von Bahn. Doe auch der Kürbester. Ja, mit dem der Aufmerksamkeit. Lass uns dafür vorcit. In den letzten Jahren nach der Kürbester.